Das ist spitz. Ich weiß, wie spitzig anfühlt, aber nicht, wie es ausschaut. Ich bring's gar nicht zusammen. Und was ist oben? Spitz. Sehr gut, Therese. Bravo. Meine Freundin Anna sagt immer, dass Augenwege schaffen sind für die Wahrheit. Da muss ich Sie enttäuschen, Jungferparadie. Die Augen sind der Wahrheit kein bisschen näher als die anderen Sinne. Alles Einbildung. Vielleicht ist das wie mit der Musik. Obwohl ich gar nicht am Klavier sitze, höre ich sie manchmal so schön, als ob ich auf der Orgel in der Karlskirche spielen würde. Aber ihr spielt, das ist keine Einbildung. Ich jedenfalls höre sie sehr gut. Ich mach sie selber. Ich bin so für sie. Ich darf His родine. Ich darf wid Union. Ich habe sie in ihrem louder. Ich darf his完成. Ich darf ihn nur немного freuen. Ich darf es, was ich? Untertitelung des ZDF, 2020